Sie sind hier, 10. August 2018, 18.52 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Luisa Graufogel nimmt in Berlin erstmals an einer EM teil, Urheberrecht, Getty Images, Luisa Graufogel und Mareike Ahn werden in einen Verkehrsunfall verwickelt. Den Wettkampf bei der EM muss das Siebenkampf-Duo vorzeitig beenden. Die Siebenkämpferinnen Luisa Graufogel und Mareike Ahn sind am Freitag in einen Autounfall verwickelt worden und können bei der EM in Berlin nicht am abschließenden 800M-Lauf teilnehmen. Die beiden Sportlerinnen wurden zur Beobachtung in eine Berliner Klinik gebracht. Graufogel konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die beiden Athletinnen sind auf der Rückfahrt ins Hotel in einen Verkehrsunfall geraten. Sie werden derzeit medizinisch versorgt. Nach Aussage des DLV-Ärzte-Teams liegen im Ergebnis der medizinischen Untersuchungen keine schwerwiegenden und nachhaltigen Verletzungen vor, sagte Idris Gonschinska, leitender Direktorsport beim Deutschen Leichtathletikverband DLV. Das Wichtigste ist jetzt, dass sie bald wieder gesund werden. Medaillenkandidatin Schäfer nicht im Auto oder Unfall passierte auf dem Rückweg nach den ersten Disziplinen am Freitagmittag ins Hotel. Idris Gonschinska erklärte, sei sofort ein Krisenstab im deutschen Team gebildet worden. Verbandsärzte seien den Verletzten ins Krankenhaus gefolgt. Weitere Informationen zum Unfallhergang gab der DLV nicht bekannt. Die dritte deutsche Siebenkämpferin Karolin Schäfer, die um eine Medaille kämpfte, saß nicht im verunglückten Fahrzeug. An schlimmer betroffen, Luisa Graufogel ist zusammen mit den Trainern auf dem Weg zurück ins Mannschaftshotel. Mareike Ahn bleibt im Krankenhaus und wird weiter analysiert und bewacht, sagte Gonschinska am Abend in der ARD. Das ist natürlich traurig, so unmittelbar vor dem 800m-Lauf auf denen. Sie sich so gefreut hatten, aber nach der ersten schockierenden Information ist das erst einmal eine entwarnende Nachricht, fügte er hinzu. Nächster Unfall nach Schwanitz die ein und 20 Jahre alte Graufogel, Saarbrücken, lag bei ihrer ersten EM-Teilnahme nach sechs Disziplinen auf dem siebten Rang. Die 26 Jahre alte Leverkusen-Aren Ahn war zwölfte. Bereits vor drei Wochen hatte ein weiterer Autounfall die deutschen Leichtathleten in Atem gehalten. Auf dem Weg ins aktuelle Sportstudio war die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz ebenfalls in einen Unfall verwickelt und wurde dabei leicht verletzt. Sie konnte dennoch bei der EM starten und holte Silber, von Sportinformationsdienst. und zwar auf dem Weg ins aktuelle Kugelstoß-Weltmeisterin Samantha Schwanitz,